So Leute, da sind wir beim nächsten Booster. Wir haben Midnight Hunt Set Booster in Englisch, glaube ich. In Englisch, ja. Gucken wir uns mal an. Ich habe die tatsächlich damals eine ganze lange Zeit lang sehr, sehr viel in Deutsch aufgemacht, weil ich die Minigames gesucht habe. Wie bekloppt. Ihr wisst, Adventure of Ogun Realms und Innistrad waren so meine absoluten Nemesis. Wir haben einen Us mit X und X plus 1. Cool. Dann haben wir Teferi. Das ist ein gutes Zeichen, oder? Kriegen wir Teferi raus? Kriegen wir Teferi raus? Stimmt, hier waren ja diese dunklen Sumpfe drin und diese Schwarz-Weiß-Länder, die waren sehr cool. Auch wenn der Sumpf der hässlichste war, weil dieses lila sieht einfach strange aus. Hedge Witch Mask. Ein weißes Mana. Die ausgerüstete Kreatur kriegt Plus 1 und kann nicht geblockt werden, wenn man Kreaturen mit Stärkefeder mehr für 2 Mana equippen. Okay. Ritual Guardian. Dramana 3, 2 mit Coven oder Köven oder ich habe es damals schon nicht aussprechen können. Ich nenne es einfach Coven. Und zu Beginn des Combats. Wenn man Kreaturen kontrolliert mit 3 unterschiedlichen Stärke-Symbolen, also 3, 2, 1 zum Beispiel, kriegt der Lifeling, bis man es so ist. Dann haben wir Harvest, Tide, Sentry, 203, 1 und auch mit Coven. Und dann kann die nicht geblockt werden bei Kreaturen mit Stärke 2 oder weniger. Dann haben wir ein 2 Mana 1, 1er. Der Wendel in das Spiel kommt, der Plus 1 Mark auf eine Kreatur legt. Das ist sehr, sehr wichtig gewesen damals mit diesem Coven. Einfach nur, weil er ein 1, 1er ist, der eine andere Kreatur eben auf eine andere Zahl boosten konnte. Phantom Carriage, 6 Mana, 4, 4 fliegend. Wenn der in das Spielwerk kommt, ist so und select nach einer Karte mit Flashback oder Disturb. Disturb. Disturbed. Und legen sie in Friedhof. Die waren nicht so geil. Und dann haben wir ein Rootcoil Creeper. 2 Mana, ein blaues, ein grünes, 2, 2. Tappen für Mana bliebiger Farbe. Tappen für 2 Mana können wir aber nur für Karten aus dem Friedhof benutzen. Und für ein blaues und grünes Tappen exilen wir den und bringen eine Karte aus dem Flashback zurück auf die Hand. Das ist eine coole Kombo. So, dann haben wir eine Karte mit Flashback im blau-grün. Winterthorn Blessing. Ein blaues, ein grünes. Wir legen die Plus 1, 1-1-Marke auf eine Kreatur. Tappen eine Kreatur, die wir nicht kontrollieren. Diese Kreatur enttappt nicht, wenn die sind in seinem Segment. Mit 3 Mana Flashback. Und ein Lunarch Veteran. Ein Mana 1, 1. Wenn der, immer wenn eine Kreatur in der Euro-Torn-Spielfeld kommt, kriegen wir ein Leben. Mit Disturb für 2 Mana können wir diese Seite dann aus dem Friedhof casten. Die genau dasselbe tut, nur wenn sie das Spiel verlässt, wird sie exiled mit Spirit. Sehr, sehr cool. Gerade für die Life-Gain-Decks ist das einfach ein besserer Human-Cleric, der ein Leben gibt, wenn eine andere Kreatur ins Spiel kommt. Zwar nur unter Euro-Trolle, aber das ist egal. Dann haben wir ein Bane-Blade-Scroundrel. 4 Mana, 4-3. Und immer wenn der geblockt wird, kriegt jede Kreatur, die ihn blockt, minus 1, minus 1. Sehr, sehr schönes Artwork. Und wir haben die Nightbound-Seite, Bane-Clorm-Rawda, 5-4, kriegt dasselbe Effekt mit der Gegner-Kreatur, minus 1, minus 1. Und immer wenn eine Kreatur, die den geblockt hat, stirbt, verliert der Beherrscher ein Leben. Hm, stark. Die ist richtig stark. Und dann haben wir eine Catilda Dawnheart Prime. Ein grünes, ein weißes 1-1-Schutz vor Werwürfen. Und Human-Kreaturen, also Menschen, haben Tappen für meiner beliebiger Farbe. Also von der Kreaturenfarbe, die diese Kreatur hat. So ist es richtig. Und für 6 Mana-Tappen legen wir plus 1, plus 1 auf jede Kreatur. Unsere Foil ist Stormcork Blood Thief. Dieser komische Vampire Rogue, der hier einfach so unter sich schwingt. Wunderschönes Artwork mit diesem Rot. Ich weiß nicht, wie krass ihr das in der Kamera sieht, aber dieses schwarz-rotes, superschönes Artwork. 302.2 zu Beginn des Endsteps, wenn der Gegner Leben verloren hat, legt ihr ne plus 1-1-Mark auf den. Davon hätt ich gern ein Artwork. Oder ne Matte. Richtig cool. Gut. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. I'm Lexit. Ciao, ciao.